immer so ein bisschen, oh mit ner, ich tue mit ner Axt, ähm, Steinwegbaum, boah, und. Und, ähm, ja genau, wir könnten ja mal so machen, ähm, die Zuschauer könnten ja voten dafür. Vor allem, weil, äh, Coolcraft hat er auch noch auf, bis du aber hier mitspielt. Das ist ein, vor allem, äh, hat er meistens in der Woche keine Zeit, und dann spiel ich mir andere Spiele, spiel ich Autospiele. Ich spiel meistens Minecraft, wenn überhaupt. Ich spiel also öfter, ich bin sehr oft Minecraft, aber bei mir ist halt so, äh, ich hab ja gerade ganz viele andere Let's Playprojekt am Laufen und was weiß ich, ich hab jetzt ja noch, jetzt hab ich ja auch noch das andere Letztest gestartet, es geht auch noch fünf Parts, muss ich heute auch noch mal aufnehmen, ähm, deswegen, hatte ich da nicht so viel Zeit, bisher auch nicht so viel Lust, Minecraft zu spielen, aber ich hab' ich mal wieder ein bisschen Lust, und ich hab' mir halt so ein bisschen das ganz normale, alte Minecraft-Fürling, ähm, hat mir gefehlt. Ganz früh war's nicht so früh, so früh gab's ja gar kein PvP, früh konnte man nur mein Minecraft bauen und sowas. Und das hab' ich so ein bisschen vermisst, und aber alleine Spiel macht auch nicht mehr so viel Spaß, weil, was auch nicht, wenn man, wenn man jemand dazu hat, ist es einfach ein bisschen cooler, einfach und macht auch mehr Spaß. Ja, genau, und dann kannst du dich auch wieder unterhalten und so. Ja. Finde ich halt das Gute. Vor allem, wenn man dann andere Aufnahmen hat und so. Aber ich muss halt mal gucken und dann können wir, dann könntest du ja mal, äh, äh, dann mal, ein Kanal machen und dann machen wir so. Vielleicht dann link mal meinen Kanal, oder? Link. Ja. Die Videobeschreibung, wenn wir dann zu zweit spielen. Oder so mein Video oder so. Ja. Mach' ich doch mal. Also bisschen Kies, ich weiß. Wenn ich nicht ein Kanal habe. Was? Wenn ich nicht ein Kanal habe. Wenn ich nicht ein Kanal mache. Durch das, was ich dann, auf die Aufnahmen zu tun habe. es kann sein ich weiß auch nicht die Rechte wie das ist so ankommen würde es ist meine heißen Spitze am Arsch zwischen den Städten benutzen ja klar haben noch 26 Stück glaube ich ja okay im Inventor oder ist gleich noch ein bisschen Kohle ich will das nicht ich habe keine Ahnung was direkt was direkt jetzt aus draußen würde ich brauche eigentlich TNT brauche ich eigentlich ich ziehe die mir mal kurz TNT ja mach das modi game mode 1 ich muss ein bisschen was freispring ich 64 reicht ja toll ich hoffe nicht dass du mein Haus nein das mache ich nicht ich brauche immer nur 2 TNT glaube ich hin ich brauche es müssen Freiraum für das ganze hier wo ich immer so ein bisschen und mit der ich mit einer Axt um Steinwegbaum ohne stimmt und ähm ja genau wir könnten ja mal so machen ähm die Zuschauer könnten ja voten dafür äh und wenn viele Zuschauer von dir sagen würden ach ich würde auch zu mir äh oder dass die viele sagen dass sie auch zu mir dann oder bei mir schauen würden dann kann ich mir leicht überlegen ob es wirklich macht aber das war ja schon soll ich den Kanal machen oder nicht ja mach ich ich hab jetzt ein bisschen was freigesprengt jetzt hab ich immer so kleinen Raum haben wir schon mal wenn man die manche Tage betätet dass wir die überraten auch machen weiß ich aber ich mach's mir nicht ich werde jetzt erst mal okay ähm Achtung Sprengung so das reicht das erste so sieht man nicht so gemütlich aus aber es wird noch denn die die und dann könnte ich mal vielleicht würde ich drauf aber das ist noch richtig viel und dann könnten wir vielleicht mal so kostbar mit Wörter das ist noch schön viel Spaß so dass wir dann ein ein Lobby bauen und so und dann Technik und dann eine Etage also so ein Hotel und dann so eine Etage die dann immer übereinander platzieren ja es würde auch gehen das mache ich nicht nur das mache ich mir natürlich noch und dann das mache ich mir natürlich noch und dann das wollte ich mir schön das ist gut ja genau aber ähm so gut die Idee das war ich immer schön mit das 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 mit in die Kommentare in die Kommentare schreiben und kurzmals für GameCube HD und Funcrafter gilt nicht die Sagen Wieso es ist ein Kursen und deswegen liegt es die Bühnen in den Streifen von dem Jahr das gilt nicht als User Voting das gilt dann nicht aber alle anderen können abstimmen Blay Game und wieder heißt oder Mr. Kreative Gamer können alle abstimmen und ja ja genau wo ich dann auch ab und zu mal wie das macht dass ihr auch mal meine Sicht seht hochladen wenn ich mir vielleicht auch immer so verlinken wenn ihr meine Sicht gesehen dass ihr könnt ihr noch bei seiner Sicht vorbei gucken was er gerade baut weil ich was anderes als er und wenn ich das mehr interessiert was er baut da können wir mal bei ihm vorbei gucken wenn das die Bühne ist ja 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 ich glaube jetzt über 15 Minuten glaube ich aber es wird dann immer immer länger da an einem die hochzuladen ich würde die empfehlen so 10 11 Minuten wie das immer zu machen weil das geht am schnellsten ist auch vielleicht eine Stunde und dann sind die hochgeladen also ich hab mal gehört äh ein 30 es dauert immer die doppelte Menge vom Video das zu rendern und dann mit hochladen geht eigentlich schnell hab ich gehört je nachdem wenn man es gut gerendert hat ich komme mal mit was du aufnimmst wenn ich jetzt so ein 30 Minuten Video rendere dann rendere ich das erstmal eine Stunde lang so ungefähr ihr müsst euch vorstellen wie viel Arbeit dahinter steckt kann ich gut sagen ich war meistens ich weiß es noch nicht genau aber ich kann es mir auch vorstellen erstmal muss ich eine halbe Stunde aufnehmen da muss ich nochmal so 10 Minuten konvertieren erstmal schneiden meisten auch noch Intro einfügen und dann kann ich das nochmal in so eine Stunde hochladen ich bin allein schon 3 Stunden für ein Video und ähm vielleicht wird vielleicht wenn du auch noch Musik dazu fügen willst es aber auch noch ganz kurz und du musst dann meistens auch durch die Musik finden weil du musst brauchst eine GEMA-freie Musik die musst du manchmal meistens auch noch finden ja den benutze ich auch das Lied was ihr gerade hört im Hunde konnte ich von ihm krass die Beats ja aber ich höre erstmal noch keine Musik machen ich benutze grad nicht sie ja ne das musste nicht nicht dass ich wüsste jetzt brauche aber immer automatisch auf Null das wird die ganze Zeit Tag ruhig mal so ich denke da kann ich ja wieder Monster anmachen weil dann würden ja eigentlich auch keine Monster spawnen aus den Höhlen so als habe ich erstmal schön nichts und dann ich brauche immer noch Zand aber ich finde kein Zand oder ... ...